Wie wäre es, wenn man Bassspielen aus vielen verschiedenen Ansichten lernen könnte? Musik machen ist eine ziemlich individuelle Sache. Das fängt bei der Wahl des Instruments schon an. Und selbst dann gibt es so viele verschiedene Wege, wie man etwas lernen kann. Es gibt so viele Perspektiven, aus denen man ein oder sein Instrument lernen kann. Und bei mir, bei Florians Bassunterricht, zeige ich dir eben alles aus meiner Sicht. Mit meiner Erfahrung. Aber es gibt eigentlich kein richtig oder falsch. Hauptsache ist, es klingt gut. Ein anderer Lehrer hat vielleicht ein anderes Konzept. Aber man kann ja nicht bei tausend verschiedenen Lehrern Unterricht haben. Oder doch? Wie wäre es, wenn du von vielen verschiedenen Basslehrern Unterricht bekämpfst? Genau das gibt es jetzt bei Florians Bassunterricht. Ab jetzt wirst du nämlich noch andere Gesichter hier bei Florians Bassunterricht sehen. Und zwar die der deutschsprachigen Basselite. Florians Bassunterricht 3.0 sozusagen. Es wird jeden Monat neue Bassquickies geben, in denen Profibassisten ihr Wissen an dich weitergeben. Wer alles dabei sein wird, das bleibt noch eine Überraschung. Aber ich kann dir versprechen, dass es sich um ein erstklassiges, beeindruckendes Lineup handelt. Und gerade weil ich so tolle Dozenten hier an Bord habe, möchte ich dir natürlich auch eine exklusive Interviewreihe mit ihnen nicht vorenthalten. Denn um es schon mal vorwegzunehmen, die haben was zu erzählen. In der neuen Rubrik Bassgespräche bekommst du echt einen Einblick in die Profiliga. Also schau am besten gleich auf floriansbassunterricht.de und melde dich an. Das Angebot wird immer weiter wachsen. Mehr Bassisten, mehr Basskurse, mehr Themen, andere Sichtweisen von anderen Dozenten, Interviews und Bassquickies. Und das alles zum selben Preis. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.